Gute und willkommen zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Sardina aus Ketten. Wir sind im Badehaus in Enqui und versuchen ein paar Informationen zu bekommen. Deswegen, also mit der Badeerin haben wir ja gerade schon geredet. Jetzt werden wir mal mit der Verwundeten reden, die sich die ganze Zeit doch schon ziemlich aufregt. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Die ist ja echt gut drauf. Was hast du für eine Wunde, Madame? Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wer in Enqui Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Sehr freundlich. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Badeerin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Wer ist dieser A-Raupen? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht die Fragen stellen. Das war schon alles. Kumpel drauf. So. Das... Können wir das hier mitnehmen? Fingerchen weg, junger Mann. Junge. Können wir den einmal mitnehmen? Ha, wir haben ihn einmal geklaut. Sehr gut. Was haben wir hier hinten? Ein Zapfhahn. Können wir den mitnehmen? Ja. Und das hier? Was ist das? Was ist mit dir los, Gas? Ahoi, Matrose. Los, ab ins Prackwasser. Äh, nein, danke. Wasserscheu, hm? Der sieht ein bisschen schwul aus. Nichts gegen Schwule, aber so sieht er aus. Freund der Botin. Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rayad heiß ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Reudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Die Botin. Ganz genau. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm. Den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Oh, Mann. Wer ist dieser Araupen? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Das hat wahrscheinlich seinen Grund, dass die aussehen, als würden sie gleich anspringen. Wahrscheinlich waren es mal Tiere. Und versteinert durch einen Basilisken. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alwin Araupen. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Bis später. Okay. Können wir hier noch ein bisschen was machen? Was ist denn im Rucksack? Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung. Hab ihn mit meinem verwechselt. Ich hab mich grad schon gewundert, dass er da einfach so dran geht. So. Irgendwelche Symbo... Diese Symbo... Das Schwebende, das Brennende, das... Laut Goswin sind das die sieben Elemente der Feen. Aha. Laut Goswin. Woher weißt du das? Und was können wir denn hier noch machen? Können wir noch irgendwas mitnehmen? Das ist... Da kommen wir noch nicht ran an die Vorschläge-Skulptur. Mal kurz gucken. Handtuch. Klauen wir ein Handtuch, oder was? Danku. So. Jetzt haben wir ein Handtuch. Können wir vielleicht diese Skulptur kaputt machen? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Ah, eine Bandage haben wir hier noch. Na, na, na. Siehst du doch gar nicht. Ich bin doch hinter dir. Ich glaub, das war's hier in dem Raum erstmal. Können wir das vielleicht... irgendwie... benutzen? Ja, wir gehen erstmal raus. Selbstverständlich ist Nuri jetzt im Wasser gelandet. Und wir dürfen sie erstmal rausfischen. Und Geron kommt auch mit nach Fanglari. Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Aha. Nuri. Sag mal, Nuri. Hast du eigentlich alle... Tassen im Schal. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit. Und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen. Vielleicht später. Haha. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri. Genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Das ist eine gute Idee. Falls jemand zufälligerweise Anna Siegers das siebte Kreuz gelesen hat, der weiß warum. Leute, die nämlich irgendwas machen oder irgendwas mit sich rumtragen, was geschäftig aussieht, ist immer besser, als irgendwie unauffällig versuchen auszusehen. Das klappt nämlich nie. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja, es wurde sicherlich einst dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Bin gleich zurück. So. Labber mal mit dem Betrunkenen. Betrunkener tun doch immer Wahrheit kund. Vielleicht hat er ja irgendwas für uns. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Aber die Flasche trinkst besser nichts mehr. Hm, damit kann man bestimmt was anfangen. Und ich habe auch schon eine Idee. Können wir vielleicht das Handtuch mit dem Zeug trinken? Nee. Zum Glück leide ich nicht unter... Das geht leider nicht. Ich hatte gehofft, dass wir das irgendwie verbinden können. Ah, äh, Molotow-Cocktail draus machen. Aber da ist ja nichts mehr drin. Hm. Ich habe schon um... Können wir das vielleicht umfüllen? Wollt's so umfüllen? Keine Ahnung. So wird das nicht. Nö, das geht alles nisch. Wir können ja mal... ...in die andere Richtung laufen. Also da geht's noch lang? Gibt's da denn auch was Schönes zu sehen? Ach du Scheiße. Bist ja gar nicht so klein gestaltet. Boah, das ist grad ein bisschen... ...Informations-Overkill. Da steht ein Torwoller... Na, soll das ein Torwoller sein? Bin mir nicht ganz sicher, könnte aber... ...ein Fährmann. ...Heringe. Komm, wir nehmen mal so einen Räucherhaken mit. Kann man ja mal gebrauchen. Was gibt's hier hinten noch? Boah, das ist das erste Mal... ...wo wir so ein bisschen rumscrollen können, oder? Wo geht's hier lang? Hier gibt's nichts. Aber wir können ja mal mit dem... ...Wächtern der... ...Teere, irgendwas... Hey, hey, hey! Immer langsam! Was hast du hier zu suchen? Ich muss mit Harm sprechen. Mit Harm sprechen muss der Kleine. So, so. Und warum? Hier ist also Harms Schiff. Oh. Was mach ich denn da? Wenn ich jetzt die Botschaft von Arauken mach, dann hab ich, glaub ich, ein Problem, wenn die herausfinden, dass ich keine Botschaft hab. Also, wir fragen mal nach einer Schüssel Zucker. Ich komme vom Nachbarschiff und soll nach einer Schüssel Zucker fragen. Was? Ja, der Schiffskoch will eine Kaiser-Bardo-Torte machen oder es versuchen. Und dafür braucht er Zucker. Mach dich vom Acker. Hm, war eine super Idee. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht, warum wir auf das Schiff sollen, aber wir können es ja trotzdem ausprobieren. So, so. Hier, ich hab ne Botschaft, mein Freund. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Das geht nicht. Es ist eine mündliche Botschaft. Mündlich? Ja, ist alles in meinem Kopf. Kleiner, ich zersäge dir deinen Kopf, wenn du nicht sofort verschwindest. Hm. Die letzte Möglichkeit probieren wir auch noch aus, aber ich verstehe nicht, warum wir jetzt das immer wieder anklicken. Ich muss mit Soso. Das hätten es auch besser machen können. Ich bin Harms Neffe. Sein Neffe. Sind wir nicht alle Kinder des Ehrenwerten harm? Wenn du um Geld betteln willst. Nein, ich will kein Geld. Los, mach einen langen Schuh und komm. Okay, also da kommen wir jetzt noch nicht rein. Da müssen wir uns noch irgendwas anderes einfallen lassen. Gehen wir erstmal zurück. Und sprechen mal mit dem guten Fährmann. Guten Tag. Bist du der Fährmann? Aha. Fährst du auch durch den Sumpf? Hm. Was soll das, Germurmel? Kannst du nicht ordentlich reden? Töne ich ja da keine Zunge mehr. Oder keine Zähne. Ach so. Tut mir leid. Ja, ich kann keine Zunge mehr haben. Angeln. Na, schon was gefangen? Also Zähne hat er noch. Dann wird er wahrscheinlich keine Zunge mehr haben. Kannst du mir einen Fisch abgeben? Nur einen Fisch. Mehr nicht. Oh, oh. Hm. Ganz schöner Geizkragen, der gute Mann. Fahr mich und meine Begleiterin durch den Sumpf. Aha. Ja, wir sind zu zweit. Oh, oh. Oh, ja. Ach so, zwei Kreuzer. Oh, oh. Zwei Heller? Oh, oh. Etwa Silbertaler? Oh, oh. Boah. Das ist doch viel zu teuer. So viel habe ich nicht. Zwei Silbertaler ist ganz schön ganz schön knackig. Alternative, die Fahrt zu bezahlen. Ja, da wird dem Gehraum bestimmt schon was einfallen. Aber ich versuche jetzt mal den Preis zu drücken. Geh runter mit dem Preis, dann treibe ich das Geld auf. Puh. Ach. Oh, mein Gott. Das ist aber ganz schön stur, alter Bock. Gibt es etwas anderes, womit ich die Fahrt bezahlen kann? Sehr gut. Und was? Soll ich dir einen Bad besorgen? Oder einen Gegenstand? Was zu essen? Zu trinken? Schnaps? Schnaps also. Schwere Geburt. Der gute Mann will also Schnaps. Wir haben ja schon eine Brandweinflasche. Lass du mir deine Angel? Ja. Mach es gut. Fieser alter Mann. Können wir den einfach verarschen und mit Wasser gefüllte Brandweinflasche verhökern? Das geht bestimmt. Wahrscheinlich können wir es jetzt kombinieren. Ja, wir wollen doch noch verarschen, Mann. Na gut, doch. Geht noch nicht. Der Fährmann hat jederzeit eine... Schade. Hätte ja klappen können. Was ist das denn da hinten für eine... So, erst nochmal hier Hinweise gucken. Was ist das denn? Dieser Balken ergibt nicht allzu viel Sinn. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Soll das ein Galgen sein? Ein Minigalgen? Oder brauchen wir den nachher noch für irgendwas? Besser nicht. Naja, geht nicht. Ich glaube... Hier sind wir... ziemlich durch. Ich gehe nochmal kurz rüber. Nicht, dass wir da hinten noch was vergessen haben. Hier ist was. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Hä? Was soll sie denn stehlen? Wir wissen nicht, was da drin ist und wir brauchen im Moment auch nichts. Was das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Ob das so eine tolle Idee ist, ich weiß ja nicht, aber das merken wir uns auf jeden Fall mal. Eventuell müssen wir das dann doch als Möglichkeit in Betracht ziehen, um aus der Stadt wegzukommen. Nuri hat mich nur wieder in der Zeit scheiße angestellt. Und plötzlich wurde alles dunkel und es gab kein Lachen mehr und keine Farben. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Mit wem redet die da? Immer noch mit dem Besoffenen. Guter Mann, wir brauchen Brandbein. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Äh, ja. Wir brauchen hier quasi Alkohol und wie wir an den rankommen, sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge von Das Schwarze Auge seid ihr nach Sketten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dann. True